Grüße! So, wir machen heute mal 3-Blog weiter. Ich habe hier das olle Ding da unten wieder hübsch gemacht. Und ja, das Steingenerade funktioniert wieder. Ich habe jetzt die Mods mal ausgeschalten, weil die sind doch schon ganz schön heftig manchmal, gell? Ich würde sagen, wir machen es halt an, wir haben es erst mitbraucht. Im Moment brauchen wir es nicht. Ja, das habe ich noch von dem Regenerieren. Moment, ich habe mal die Eimer weg. Die habe ich jetzt noch von diesem Teil, wie ich es gebaut habe, wieder, ne? So, und zwar brauchen wir, ich habe jetzt hier mal, die Steine habe ich jetzt mal rein. Die habe ich ein bisschen schon hergezaubert wieder. Und jetzt müssen wir das Ding noch oben fahren, oder was? Hm, prima, so. Also, ich habe die halt, das Steinteil wieder repariert. Ich müsste halt mal die Bacom dazu machen. Moment. So, da, da. Und zwar, ich weiß jetzt schon, ob ich vielleicht das nochmal neu anfangen hier. Weil durch die Monsterfalle doch so groß ist und die Mops, die kommen ja doch wie die Wilden, oder? Ich muss oben einen Zaun drumherum bauen vielleicht. Das wäre ja vielleicht eine Idee, wa? Na ja, jedenfalls brauche ich erstmal viel Holz, weil wir wollen ja wie eine Güte weiter bauen, ne? Ja, unbedingt. Oh, da machen wir erstmal diesen Baum da vorne weg. Habe ich dann hier irgendwie so eine, oh, warte mal eins. Na ja, ist egal. Und dann da halt noch ein bisschen eine Baum, aua, anpflanzen. So, Melonen ist auch schon reif da oben. Schön, schön, schön. So, dolla, ne? Mal gucken, vielleicht lasse ich auch die Welt hier, ist ja auch nicht so egal. Ich meine, ist ja nicht so schlimm. So, komm, letztlich. Jetzt hab ich ja noch was im Dingsaaren, Äpfelchen. So, 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 so. Es kommt kein Zettelchen aus, oder was? Gibt's ja wohl nicht, oder? Jetzt seht ihr jetzt ja angefangen, die Welt hätte so Probleme gehabt. Na gut, dass ich hier noch einen Bau im Inventar habe, ne? So, so, zack, zack, zack. Eigentlich hat mein Henner ja auch gelangt jetzt, gell? So ein Äpfelchen. So, wir können ja auch den Baum ein bisschen wachsen lassen, ne? Aber ich hab Kino, gell, Kino, 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 Kino. Da müssen wir noch eine Lappe herstellen, hier. So, so, da la. Da lassen wir halt die Welt, hör, wir machen es halt bisschen größer und hübscher. Und dann gucken wir mal, ob es was wird. So, und dann machen wir das jetzt hier so hin. Ich will mal gucken, ob das jetzt mit diesem Auge Knochenmehl wieder schön wächst. Achso, Knochenmehl. Ach, ach, ja, das ist so groß wie Andi, gar nicht. Ich bin doch, die werden größer, die Bäume. Irgendwie... Lass das zu wenigstens übrig, ne? Dann machen wir gleich nochmal, ja? Aber... Ich werde ja nicht wachsen. Naja, so, okay. Können wir ja nicht hier noch einen hinbauen, oder? Hier vielleicht? So, die lassen wir halt immer wachsen. Was sind die alten Dinger hier? Hm... Im Moment brauche ich dann nämlich nichts anderes. Im Moment zu wenigstest. Ach so, wir wollten irgendwie das... Was ist jetzt los? Also, wir wollten diese Hütterader bauen da oben und dann wollten wir eventuell irgendwann mal eine Farm bauen, oder? Oder mache ich erst da oben das mit dem Zaun hin? Das wäre eine alte Idee, ne? Dass wir vielleicht ein bisschen Ruhe haben. Weil mir ist schon aufgefallen, die... Sind schon sehr... Äh... Frech, die... Da... Die Zombies... Sehr frech, die Fricker. So, was wollten wir? Einen Zäunchen wollen wir hier hinbauen. Genau. So, Prama machen wir das jetzt mal. Dann tun wir das einfach mal testen. Ich mache die Mops mal wieder an. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Ruhe vielleicht haben hier unten dann. Dass wir hier ein bisschen wenigstens bauen können. Gucken wir mal, wie soll die Maschine ausleuchten, das ist klar. So, dass da nichts kaputt geht. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal auf hier. Juhuuu. Na, ich weiß nicht, ich lasse es halt einfach, oder? Sag nicht, ob mache ich eine neue Welt, so wie gefällt mir sie? Eigentlich nicht mehr. Was sagt ihr dazu, eine neue Welt oder so? Wissen lassen. Sag doch mal was. Gucken wir mal wahr. Juhuuu, Mori. So, dann machen wir hier diesen Zaun her. Vielleicht habe ich schon Glück. Und die Huppen nicht mehr so drüber. Jetzt sank ja durch mein Holz nicht, was? Ne, jetzt sank jetzt fahrlich nicht. Na, ist egal. Warte ich doch erstmal diese Farbe hier draufsetzen. Dann muss ich halt echt immer schön ganz schön hoch ausleuchten. Hier diese ganze Schause hier. So, da braucht erstmal noch viele, viele Bäume. Das langt aber hier nicht, gell? Und hier muss ich auch mal was anderes einfallen lassen, ey. Ich spreche mir jedes Mal halb das genickt, aber hier hat es geklappt. Das ist jetzt blöd, da muss ich noch ein bisschen mehr bauen. Ein bisschen mehr Baum brauchen wir hier noch. Aua. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Komm, jetzt haben wir ja genug Knochenmehl. Boah. Dann machen wir jetzt was denn mal hier. Ah. Hier guckt er mal. Da kriegen wir doch Samen raus, ihr Leute. Da können wir endlich mal Weizen anpflanzen. Hehe. Prima. Okay, haben wir das auch erledigt. Jetzt machen wir erstmal diese Bäume hier. Juhu. Die wachsen ja wie Hechtzimmer. Komm, einen machen wir noch hin. Ach, ich liebe Bräume. Da wächst das natürlich nicht hinauf, gell? Glaube ich nicht zumindest. Und jetzt? Ja. Sibi. Dann machen wir das jetzt einfach mal hier ein bisschen schneller, dass wir schneller vorankommen hier. Ja, wir wollen ja auch eine Form hinbauen, ne? Dann war die Farbe mit diesem Gras. Das haben wir jetzt schon erledigt. Ja, der eben. Das ist ja gerade das. Da der Puppet. Ja, müsste ich das immer so machen, ja? Da fällt mir auch das Gras irgendwie. Knochenmehl. Guck mal wahr. So, wieder anpflanzen. Zack. Das ist heute eine Schnellproduktion hier. Na komm, wachsen mal. Machst du das weg hier, oder? Das ist scheiße. Tja, stellt sich aber an dieser Baum, ne? Ja. Das Knochenmittel geht weg wie Butter hier, oder? Ja. Ah, jetzt. Jetzt. Zack, was ist jetzt hier? Komm, muss ich doch hier so einen Baum wachsen lassen hier, oder was? Mann, jetzt hat das doch nicht so einen glücklichen Baum. Ach, dann halt nicht, glücklichen Baum. Mach das jetzt hier weg, weil sonst hab ich keine Knochenmehl mehr. Das ist jetzt doch ein bisschen zu blöd. Ja. Warum wachsen die aber nochmal so groß? Also, da haben sie irgendwas gemacht, wa? Hier sind doch die dann mit Knochenmehl so riesengroß gewachsen, ja? Die Bäume, ey. So, ja gut, dann lassen wir das jetzt mit diesem Knochenmehl. Zack. Und ich tue jetzt hier Zahnblatt rausbasteln. Oh, meine Treppe ist hier versperrt. Oh, was ist denn da ist die Treppe hier eben? Hä? Hm? Was ist denn alles von der Treppe hin? Oh, muss mich verarschen. Der war doch vorhin noch da, oder? Hm. Oh, heide, nein, hörst die Treppe hin, mach ich jetzt halt mal so. Ist es egal. Komm, ich hab doch aber, ich hab doch aber da nichts kaputt gehangen jetzt, oder? Ist das weggegangen, oder wie du was? Was? Die Treppe wieder hin basteln hier? Oder war das letztes Knochen gegangen? Aber, hey, ich doch jetzt, beim runtergehen bemerken müssen, ne? Also, meine Verarschung hier, ey. Oh, man. Oh, shit. So, okay, nochmal, weil es so schön war. Ach, diese schöne Musik. Hallo, was ist denn hier? Geht das nicht? So, ist mich verarschen, oder was? Bissl verarschen, oder was? Ah, jetzt, äh. Ist ja manchmal, ne? Weiß ich auch nicht, du. Wenn man hier dran ist. Was? So, ich seh'n jedenfalls genug besetzt, lieber da. So. Okay. Da gucken wir mal diesen Zaun jetzt so hier. So, einer, shit, ey. Da verschwindet einfach die Treppe. Da ist die mir letztens kaputt gegangen. Boah, ich weiß jetzt gar nicht. So, drei Schiele muss ich schon mal aufhegen, oder? Da lassen wir noch ein paar mehr über. Wie wäre das denn halt das da? So, dann machen wir erstmal hier noch ein bisschen Holz. Oh, ich hab aber auch genug Holz. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Stickies. Und dann hier mal noch ein bisschen diese... ...tolle... ...Zaungeschichte. ...sechzehn. So, da la. Ich hoffe, da hört mich noch wieder so Musik. So, die müssen wir das nächste Mal ein bisschen leiser drehen. So, gucken wir mal da auf. Hm. Ich muss noch was ein bisschen leiser machen. 30 Prozent. Habt ihr auch? So, wieder rauf mit dir hier. So, da haben wir halt einfach mal eine Folge heute auch noch Monster gemacht. Einfach mal so eine Baumfolge. Ein bisschen Ausbesserungen, Korrektoren und... ...Steingeneratoren wieder ganz... ...so was halt, ne? So, und ich hoffe, das klappt hier irgendwie. Aber ich glaube, das klappt hier noch nicht ganz, was? Mal im Zaun. Mal gucken. Hm, diese Fragung, die wollen wir hier her setzen mit. Zack. So, da la. Na ganz wird's nicht lang. Na ja, ein bisschen Holz haben wir ja noch. Die gehen ja auch wieder über die Fräger, gell? Hm, was muss ich denn gut hinbauen? Aha. Witzig, echt. Alles für die Wupps. Ach echt. Zack. Zack, 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 zack. Hm, da geht ein Zaun ja weg wie Butter hier bei mir, ey. Ne, da gehen wir halt noch mal runter, wa? So, schön die Treppe, jawohl. Immer schön die Treppe entlang. So. So, ooo. Zack, zack, zack. Bbbbbbbb, bbbb, mal Stiggis. Na dann dürfte er mal langsam gut sein, oder? was hier noch war ach so, jetzt haben wir uns gleich mal noch bei, aber hier im Moment dann machen wir erstmal das hier also das langt jetzt auf alle Fälle und hier noch das Dorf hier war das jetzt noch mal oh joli, ich grad oder war das so nee Moment ich weiß aber nicht, wie das doof funktioniert oder war das hier oben nee oder war das hier so ah ja jetzt machen wir am besten gleich zwei her das war's dann schon yippies, also 32 dürfte jetzt aber langen so, da la na ja, ich mein jetzt haben wir hier einmal angefangen mach mal weiter erst mal oh, dieser Monster war jetzt schon ein bisschen blöder ok, ich probier halt mal, klick mal weiter ja, hier können die auch dann dann wo schon war, ne, wir gucken mal so, jetzt machen wir erst mal diesen Zaun hier weiter so, da la la zack, zack, zack oh nein, es ist oh, jetzt ist mir die Fackel abgestürzt sch, ich hab's noch ein fader witzig hm ich hab's noch ein fader witzig so, ich hab's noch ein fader witzig hoi Leider meine ich. Haben wir eine Fackel? Oh ne, ich hab keine Fackel mehr. Naja, gut. So. Ich möchte dies. Wir machen gleich das Bild mal. So, ich habe die Fackel hingepflanzt, schnell da oben. So. So. Der Baum ist auch schon wieder gewachsen. Oh, was ist das grüne Flecker gemacht haben wir nie mit dem? So. Ach Gott, geht's wieder los, geht's wieder los. Entschuldigung, Entschuldigung. Es geht wieder los, mit der Wichtigkeit. Zack, so. Jetzt wird es aber lang, oder? So, dann machen wir jetzt das Tor her. So. Anders geht's ja nicht, ne? Juhu, wird schon passen, ne? Aha, nicht schlecht, ich bin zu hoch. Oh nein. Das ist stumm. So. So. Aber jetzt, ja. So, jawohl. Dann machen wir einfach mal die Mops an, jetzt, ja. Und checken das mal ab, hier. Ob das jetzt was wird, oder nicht. Aber ich geh derweil aber schnell wieder runter vor. Ach du Scheiße, war das knapp jetzt. Ein halbes Herz, ey. Boah. Meine Frise, ey. Ach, das war jetzt echt knapp, du. Ach, das war eine knappe Geschichte, du. Uh, hier sind aber schon ganz schön viele zur Auswahl. Wow. Da ist wieder ein Baum, den können wir eigentlich gleich mal fällen, diesen Baum. Alter, war das knapp jetzt. Ach ne, ich muss die noch mal zu voll verlassen, weil dann hab ich ja doch ein bisschen immer Material und so Zeugs. Und vielleicht sollte ich halt hier auch noch ein bisschen, diese Mauer vielleicht noch ein bisschen erhöhen, wie hier war, oder? Ich weiß nicht. So, guck dir mal, die sind nämlich da hinten auch schon wieder. Seh ich grad. Oh Gott. Ja, das stimmt. Da hinten ist noch einfach zu dunkel irgendwie, wa? Shit, ey. Ich will jetzt hier so ein... So ein Schwertchen einstecken? Ja, eins hab ich. Puh, das ist jetzt blöd hier. Machen wir das jetzt hier. Da öffne ich mich mal. Ist doch schon wieder diese Leiter weg. Äh, diese Treppe. Also ich denke mal, das liegt hier am... ähm, Baum, würd ich sagen, wa? Ja. Hab ich denn schon wieder Hunger, ey. So, was ist das Monster hier? Was ist das? Äh, Hilfe. Äh. Ne, ist natürlich mal noch ein Kleber, wa? Warum kommen denn die immer so schnell raus, die Fräger? Ich versteh das nicht. Also ich muss sagen, für einfach ist ja echt schön was los hier, ne? Ich mach mal wieder aus, die Mops. Das ist ja eigentlich blöd hier. Äh. Also ist das vielleicht, dass die Treppe weg geht? Auch wenn ich diesen Baum nicht setze oder was? Aber das passt doch. Dann dürfte doch auch nicht sein, oder? Dass das so weg geht hier. Also irgendwie passt doch da was nicht. Irgendwas. Ist da faul hier. Und diesen Spiel. Kann ich doch eine neue Map machen, wa? Ja. Ja. Also mir wäre lieber eine neue Map, weil die ja hier so kacke ist, die Map hier. Also die. Also die. Die Map halt. Die Sache halt. Hier haben wir schon gar nicht Bock gehabt, ne? Na vielleicht mach ich doch eine neue. Mal gucken. Es kann doch nicht sein, dass durch die Bäume das zurück weg geht hier, oder? Kann doch nicht sein. Warum wechseln wir jetzt immer in einer Hütte hier so ein Mob hier? Ist doch auch eine helfe noch da drin, oder nicht? Wie will ich solch hier noch reinbasteln, ey? Ich versteh das nicht. Guck mal nochmal. Mal zümmeln hier. So. Ist jetzt an, oder nicht? Ja. Du hast mir die Tasche auslernen. Schnell. Fokus hier rein. Ich kann ja weiter machen. Zack, 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 zack. Ist das sehr komisch, oder? Wie wechseln wir hier natürlich das Zeug? Ist schon süß. Aber so dunkel ist doch hier gar nicht. Ist doch noch nicht da, Mensch. Also normalerweise ist hier genug Licht da. Ist ja nett, hä? Hier hinten, ja. Da könnte man denken, dass es dunkel ist. Ist ja hier, weil es wachsen würde da. Hier? Ich versteh das nicht. Na ja, mal gucken. Gut, dann will ich erstmal jetzt mal mich verabschieden hier. Und lassen wir es erstmal. Und ja, fertig aus, ne? Bis zum nächsten Mal. Entweder mit neuer Skyblock-Teil. Oder ich lass es mal schauen. Also, Tschüssle. Tschüssle.